Willkommen zu Bahn News, eurem Nachrichtenrückblick mit spannenden Neuigkeiten aus der Bahnbranche im deutschsprachigen Raum. Der September bietet auch neben der Innotrans mal wieder allerlei zu berichten. Wir starten wie gewohnt in Österreich. Neue Hochleistungsinstandhaltungsfahrzeuge für die ÖBB. Um den reibungslosen Betrieb auf bestehenden und auch neuen Strecken gewährleisten zu können, erneuert die ÖBB-Infrastruktur ihren gesamten Instandhaltungsfuhrpark. Plasser und teurer konnte die EU-weite Ausschreibung für sich entscheiden und liefert 56 Fahrzeuge mit der Option 46 weitere abzurufen. Es handelt sich damit um den größten Einzelauftrag in der knapp 70-jährigen Firmengeschichte. Gesamt werden drei Fahrzeugtypen geliefert. So wird die Hochleistungsinstandhaltungsflotte der ÖBB von bisher zwölf auf nur mehr drei Fahrzeugtypen reduziert, die nun auch auf einem einheitlichen Bedienkonzept basieren. Das erleichtert die Instandhaltung und verringert auch die Ausbildungs- und Personalkosten. Die Aufbauten selbst wurden auf die Erfahrungen und Arbeitsabläufe der ÖBB-Infrastruktur ausgelegt und der maximalen Raumausnutzung galt ebenfalls ein besonderes Augenmerk. ÖBB spart Energie. Strom sparen ist aktuell in aller Munde. So auch bei den Bahngesellschaften. Dank einer neuen Software verbrauchen abgestellte City-Jet-Züge der Siemens-Baurei Desiru Mainline künftig deutlich weniger Energie. Darüber hinaus werden die Lärmemissionen gegen Null sinken, da neuerdings auf nächtliches Zwischenaufwecken der Züge mit Kompressoreinsätzen in der Abstellung verzichtet werden kann. Der sogenannte Schlafmodus Plus sorgt für rund 7,6 Millionen Kilowattstunden Einsparung. Das ist etwa so viel Energie wie 1.900 Haushalte pro Jahr benötigen. Auch davon abgesehen wurde ein umfangreiches Stromsparpaket geschnürt. Gesamt 30 Maßnahmen setzt die Bundesbahn um, damit so wenig Energie wie nötig gebraucht wird. Mit Beginn der Heizsaison wird die Raumtemperatur der ÖBB-eigenen Büros, Werkstätten und Bahnhöfe sukzessive auf 19 Grad reduziert. Darüber hinaus werden an allen Standorten unterschiedliche Möglichkeiten zur Reduktion des Stromverbrauchs umgesetzt, selbstverständlich immer unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das betrifft unter anderem das Abschalten oder Dimmen von Lichtquellen und das Abschalten von Standby. Ticketpreiserhöhungen ab Ende des Jahres. Die gestiegenen Strompreise lassen sich jedoch nicht nur durch Sparmaßnahmen ausgleichen und so wird die allgemeine Teuerung auch vor den Fahrgästen keinen Halt machen. ÖBB-CEO Andreas Matthe kündigte an, die Preise im Personenverkehr zum Jahresende nur sehr moderat erhöhen zu wollen. Genaue Zahlen nannte Matthe allerdings noch nicht. Vertiefte Kooperation zwischen ÖBB und dem Hafen Triest. In verstärkter Zusammenarbeit wollen die ÖBB gemeinsam mit dem Land Kärnten und dem Hafen von Triest in Italien mehr Gütertransporte auf die Schiene bringen. Dazu soll ein Schienen-Zollfreikorridor zwischen dem Triestiner Hafen und Villeach bzw. dem Logistikcenter Austria Süd geschaffen werden, sodass ein Teil der Container zukünftig direkt ab Schiff auf die Schiene verladen werden kann und so dann erst in Kärnten von der Zolldeklaration bearbeitet wird. Der Großteil der bereits heute in Triest umgeschlagenen Gütermengen ist für die Länder Österreich, Deutschland, Ungarn und Tschechien bestimmt, womit dem Projekt einer besonderen internationalen Bedeutung zukommt. Ein solcher Schienen-Zollfreikorridor wäre der erste seiner Art in Europa. Matigtalbahn fährt wieder. Die oberösterreichische Matigtalbahn fährt wieder durchgehend. In den letzten drei Monaten hatten die ÖBB und das Land Oberösterreich gut 20 Millionen Euro in die Modernisierung der drei Bahnhöfe Munderfing, Matighofen und Mauerkirchen investiert, welche jetzt modern, barrierefrei und mit aktuellen Informationssystemen ausgestattet sind. Darüber hinaus wurden knapp 20 Tonnen Gleisschotter und 10 Kilometer neue Schienen verlegt, sowie sieben Eisenbahnkreuzungen modernisiert und technisch aufgerüstet. Errichtet wurden zudem neue elektronische Stellwerke. Photovoltaikanlagen an allen drei Bahnhöfen sollen noch folgen. Perfekte Vorbereitung für die geplante Elektrifizierung der Strecke, denn diese steht auf dem kürzlich modernisierten Teil der Matigtalbahn zwischen Friedburg und Braunau noch an und wäre dann komplett. Deutschland. Innotrans kehrt eindrucksvoll zurück. Von 20. bis 23. September traf sich die gesamte Welt der Verkehrstechnik und Mobilität auf der Weltleitmesse Innotrans in Berlin. Eine hohe Internationalität und viele Geschäftsabschlüsse kennzeichnen die Innotrans ebenso wie die breite Marktabdeckung und die hohe Dichte an Innovationen. Die rund 140.000 Fachbesucher aus 131 Ländern erwarteten über 120 Fahrzeuge und Exponate auf den Gleis- und Freiflächen, sowie insgesamt rund 2.800 Aussteller auf dem gesamten Berliner Messegelände. Außerdem wurden rund 250 Weltpremieren präsentiert. So viele Neuheiten wie auf keiner Innotrans zuvor. Über die Messe und die vorgestellten Produkte wird es in den nächsten Wochen noch gesonderte und ausführliche Berichte geben. Also abonniert doch gerne den Kanal, um keine spannenden Vorstellungen neuer Fahrzeuge zu verpassen. DB erhält Zuschlag für das Netz Nord-Süd in Berlin-Brandenburg. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erteilt der DB Region Nord-Ost den Zuschlag für das zuvor ausgeschriebene Netz Nord-Süd. Dieses umfasst die Linien RE3, RE4 und RE5. Der neue Verkehrsvertrag sieht einen Start im Dezember 2026 vor, wobei die heute von der ostdeutschen Eisenbahn betriebene Linie RE4 dann eben von DB Regio übernommen wird. Auf dieser Linie sowie dem RE5 werden gebrauchte Doppelstockwagengarnituren zum Einsatz kommen, die einem umfassenden Redesign und Modernisierungsprogramm unterzogen werden. Außerdem werden für die ausschließlich innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns verkehrenden Leistungen des RE5 drei vierteilige Züge vom Typ Stadler Flirt 3XL und für die Linie RE3 zwölf fünfteilige Doppelstockzüge vom Typ Stadler KISS neu beschafft, wobei hier sogar eine vertragliche Option auf weitere dreiteilige einstöckige Flirt XL zur Verlängerung dieser Züge besteht, das vor allem um der starken Nahtfrage im Ausflugsverkehr entgegenzukommen. Die Verkehrsleistung in den insgesamt vier beteiligten Bundesländern umfasst dann 11,6 Millionen Zugkilometer pro Jahr, wobei im Vergleich zu heute knapp zwei Millionen Kilometer zusätzlich angeboten werden. Gestärkt wird dadurch nicht nur die Qualität des touristischen Ostseeverkehrs, sondern auch die Attraktivität durch zum Beispiel zusätzliche Früh- und Spätverbindungen. Probleme bei der S-Bahn Hannover Seit Mitte dieses Jahres betreibt Transdorf das gesamte Netz der S-Bahn Hannover, nachdem sie sich in einem Bieterverfahren gegen die Vorgängerbetreiberin DB durchgesetzt hatte. Ein Video zum neuen Betreiber findet ihr ja bereits auf diesem Kanal. Das Unternehmen hat aktuell jedoch Probleme, alle Verkehrsleistungen mit den entsprechenden Kapazitäten zu erbringen. So kommen auf einigen Linien verkürzte Züge und auf der S-3 zwischen Hannover und Hildesheim Ersatzzüge, teilweise in Lockwagen-Konfiguration zum Einsatz. Die Region Hannover beklagt die sich daraus ergebenden überfüllten Züge, Verspätungen und Zugausfälle. Transdorf begründet die Probleme in einer Mitteilung mit Verzögerungen beim Bereitstellen der Schienenfahrzeuge, höheren Krankenständen in den Werkstätten und massiven internationalen Lieferengpässen für Ersatzteile. Denn das Unternehmen beschaffte zum Betreiberwechsel neue Fahrzeuge vom Typ Stadler Flirt 3XL. Jedoch war auch eine Übernahme von 13 Triebwagen der Bauweihe 425, der DB vertraglich vereinbart. Diese müssten laut Transdorf jetzt noch aufwendig überarbeitet werden, wurden laut DB allerdings ordnungsgemäß und pünktlich übergeben. Die Region fordert aufgrund der genannten Probleme nun 3,9 Millionen Euro Schadenersatz, da sie selbst nicht für schlechte Leistungen aufkommen. Verlängerung des Mars-Wupper-Express bis Eindhoven Bereits heute verkehren einige nordrhein-westfälische Nahverkehrslinien über die Landes- und Bundesgrenze hinaus in die Niederlande, enden jedoch wie der RE19 meist weniger Kilometer hinter der Grenze, zum Beispiel in Hanheim. Die von Hamm-Westfalen über Düsseldorf bis in die niederländische Grenzstadt Venlo verkehrende Regionalexpresslinie 13 soll nun ausgeweitet werden, und zwar über das bisherige Linienende hinaus bis nach Eindhoven in Nordprabant. Die Verlängerung der grenzüberschreitenden Verbindung eröffnet den Menschen beider Regionen deutlich komfortablere Pendelmöglichkeiten und attraktive Direktverbindungen, wobei mit rund 600 zusätzlichen Fahrgästen pro Tag zwischen Eindhoven und Düsseldorf gerechnet wird. Der Verkehrsvertrag mit dem künftigen Betreiber, der Regionalverkehrer Start Deutschland GmbH, sieht einer Betriebsaufnahme zum Fahrplanwechsel 2026 sowie die Beschaffung von 20 mehr systemfähigen Neufahrzeugen abermals vom Typ Flirt 3XL von Stadler vor. Bereits 2019 hatten der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und die niederländischen Verantwortlichen einer Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung und Finanzierung dieser grenzüberschreitenden Verbindung abgeschlossen. Was meint ihr? Lohnen sich die bürokratischen Hürden zur Umsetzung solch internationaler und grenzüberschreitender Regionalverkehrsverbindungen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Erstes Projekt im Rahmen des Hochleistungsnetzes wird konkreter. Wie bereits bei Bahn News berichtet, werden in Deutschland in den kommenden Jahren Rekordinvestitionen in die Erneuerung und den Ausbau stark ausgelasteter Streckenabschnitte getätigt, sodass ein sogenanntes Hochleistungsnetz aufgebaut wird. Mit den Generalsanierungen wird nun auf der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurter Main und Mannheim begonnen. Ab Mitte Juli 2024 will die DB innerhalb von nur 5 Monaten alle technischen Anlagen und 20 Bahnhöfe entlang der Strecke erneuern, sowie neue Überholmöglichkeiten für einen flexibleren Betrieb schaffen. Schon heute verkehren auf der Strecke rund 300 Züge im Nahfern- und Güterverkehr brutal. Erstmals werden auf einem hoch ausgelasteten Korridor damit alle geplanten Baumaßnahmen der kommenden Jahre gebündelt und in einem Guss geplant und koordiniert. Die Gesamtinvestition soll sich auf rund 500 Millionen Euro belaufen und eine deutliche Qualitätssteigerung, mehr Pünktlichkeit und anschließend über Jahre keine Baustellen mehr zur Folge haben. Es bleibt aber abzuwarten, ob das in Planung befindliche Ersatzkonzept während der Streckenvollsperrung genügend Kapazitäten bietet und ob die geplante Bauzeit eingehalten werden kann. Wenn dem so ist, wird dem Projekt wohl Symbolcharakter auf dem Weg zum Hochleistungsnetz zukommen, an dem sich noch so einige weitere orientieren können. Großer Baufortschritt auf der Betuwe-Strecke. Seit Jahren hinkt die Bundesrepublik etwas hinterher, was den Ausbau des deutschen Abschnittes vom wichtigen Güterverkehrskorridor Rotterdam-Genua betrifft. Haben die Niederlande und die Schweiz ihre Streckenabschnitte schon längst ausgebaut, werden in Deutschland wohl noch einige Jahre ins Land gehen, bis die Ausbaustrecke im Rheintal und in Richtung Niederlande fertiggestellt sind. Nichtsdestotrotz würdigte der Projektbeirat neuerdings gute Baufortschritte auf der sogenannten Betuwe-Strecke zwischen Oberhausen, also dem Ruhrgebiet, und der niederländischen Grenze. An insgesamt 12 von 47 Brückenbauwerken seien die Bauarbeiten bereits abgeschlossen, tausende Löcher entlang der Strecke für Kampfmittelsondierungen gebohrt, an Oberleitungsanlagen und Schallschutzwänden gearbeitet worden und auch an den Stationen entlang der 73 Kilometer langen Strecke habe das Projektteam einiges geschafft. Zusätzlich liege mit dem Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses für den Bereich Wesel in diesem Jahr nun in insgesamt 6 von 12 Abschnitten das Baurecht vor. Zu erwähnen ist aber auch, dass das Planfeststellungsverfahren für alle 12 Abschnitte bereits vor 9 Jahren eingeleitet wurde. Preiserhöhungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn Die massiv gestiegenen Energiekosten treffen auch die Deutsche Bahn. Aus diesem Grund wird sie ihre Fahrpreise im Fernverkehr zum 11. Dezember erhöhen, und zwar um durchschnittlich 4,9%, was allerdings immer noch deutlich unter der Inflationsrate liegt. Der Supersparpreis wird sich mit einem Einstiegspreis von 17,90 Euro aber nicht ändern, genauso wie Sitzplatzreservierungen, welche ebenfalls konstant bleiben. Flexpreise steigen hingegen um durchschnittlich 6,9%, die Bahncards 25 und 50 werden um rund 4,3% teurer. Alle vor 11. Dezember gebuchten Tickets, auch jene für das nächste Jahr, werden noch zum alten Preis angeboten. Allianz Pro Schiene fordert schnellere Reaktivierung alter Eisenbahnstrecken Die Allianz Pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen fordern, stillgelegter Bahnstrecken schneller wieder ans Netz zu nehmen. Dabei solle es nicht nur um die Wiederinbetriebnahme von Strecken für den Personenverkehr, sondern auch um die Reaktivierung von Streckenabschnitten für den Güterverkehr gehen. Die beiden Organisationen veröffentlichten eine Liste von rund 280 Strecken mit insgesamt knapp 4.600 Kilometern länger, bei denen es sich lohne, über eine Wiederinbetriebnahme nachzudenken. Laut Martin Henke, VdV-Geschäftsführer Eisenbahn, gäbe es in praktisch allen Regionen Deutschlands Reaktivierungspotenzial. In den letzten Jahren habe das Thema enorme öffentliche und politische Aufmerksamkeit erregt, wobei sich die Finanzierungsmöglichkeiten, gesetzlichen Hürden und Rahmenbedingungen für ein Wiederbeleben von Strecken deutlich verbesserten. Die beiden Organisationen fordern jedoch gehörig mehr Tempo, denn laut der Allianz Pro Schiene seien seit 2019 gerade einmal 145 Kilometer hinzugekommen und es gebe immer noch über 330 deutsche Städte und Gemeinden, in denen gesamt 3,4 Millionen Einwohner von Reaktivierungen direkt betroffen werden und sicherlich oft zum Umstieg auf die Bahn bewegt werden könnten. Wie viel Anklang die beiden Organisationen mit ihren aktualisierten Reaktivierungsvorschlägen in Politik und Öffentlichkeit finden und wie viele der Projekte letztendlich weiterverfolgt werden, das war es freilich noch niemand. Schweiz. SBB und Schweizerische Post testen Post-Pendelzug. Die SBB Cargo und die Schweizerische Post testen in einer Kooperation einen innovativ zusammengesetzten und neu konzipierten Pendelzug mit dem Ziel, mehr Logistikprozesse auf die Schiene zu verlagern und so CO2 einzusparen. Ein fix zusammengesetzter Zugverband aus sechs umgebauten Güterwagen mit je einer Hybrid-Log EEM 923 und Kopf und Ende des Zuges pendelt nun zwischen den großen Paketzentren der Post in Deyon, Herkingen und Frauenfeld. In die sechs Güterwagen passen zwölf austauschbare Behälter für das zu transportierende Material. Durch den Einsatz der Hybrid-Logs kann der Zug direkt in die Paketzentren einfahren und ist somit besonders flexibel. Von dem Pilotprojekt erhofft man sich eine Effizienzsteigerung und zeitliches Einsparpotenzial sowie die generelle Antwort auf die Frage, wie dieses Vorgehen die Hoflogistik bei der Post verändern wird. Im Übrigen werden an dem Zug auch Automationselemente wie etwa die automatische Kupplung und die automatische Bremsprobe getestet. SBB will im Güterverkehr wachsen. SBB will im Güterverkehr wachsen. Über das eben vorgestellte Programm hinaus möchten die schweizerischen Bundesbahnen das Bahnsystem besser für die Logistik in der Schweiz nutzen. Mit dem Konzept Swiss Cargo Logistics will es die SBB bis 2050 schaffen, die Hälfte des bis dahin prognostizierten zusätzlichen Güterverkehrs auf der Schiene abzuwickeln. Gegenüber heute soll so 60% mehr Fracht per Bahn transportiert werden. Eckpunkte des Konzepts sind eine erneuerte Fahrzeugflotte, die durch Automatisierungen und Digitalisierungen, beispielsweise eben der automatischen Kupplung, deutlich effizienter ist als heute und darüber hinaus genügend Trassenkapazitäten für schnelle und regelmäßige Verbindungen. Außerdem soll der Umschlag von der Straße zur Schiene in der Fläche deutlich einfacher werden, indem das Umschlagsnetzwerk zwischen Genf und St. Gallen um fünf Terminals für den kombinierten Verkehr ergänzt wird. Im gleichen Zug ist geplant, bestehende Güterverkehrsanlagen in der Nähe der größeren Schweizer Städte zu sogenannten City Hubs mit Verladepunkten weiterzuentwickeln, um die Städte so vom Verkehr zu entlasten. Um eine breite Erschließung auch praktisch zu ermöglichen, wird es neben dem gestärkten Betrieb von Ganzzugverkehren auch eine Förderung für einen Einzelwagenladungsverkehr geben. So soll ein Netzwerk entstehen, welches es möglichst vielen Firmen und Kunden ermöglicht, ihre Logistik auf die Schiene zu verlagern. Stadler liefert die erste vollautomatisierte Zahnradbahn der Welt. Die Appenzellerbahn bestellt bei Stadler ein neues Zahnradfahrzeug für ihre Bahnverbindung Reineck-Walzenhausen. Dieses soll das bisher eingesetzte 64 Jahre alte Fahrzeug ersetzen und neue technologische Standards setzen. Denn Stadler wird das Fahrzeug zusätzlich mit dem eigens entwickelten sogenannten Communications-Based Train Control System der höchsten Automatisierungsstufe ausstatten, um einen vollautomatischen Bahnbetrieb zu ermöglichen. Damit wird der neue Zug der Linie Reineck-Walzenhausen die erste vollautomatisierte Überlandadhäsions- und Zahnradbahn der Welt sein. Die Inbetriebnahme des Zuges ist für 2026 geplant. Neue Lösch- und Rettungsfahrzeuge für den Werreiner-Tunnel. Für Interventionen im Werreiner-Tunnel hat die Rhetische Bahn je zwei neue Lösch- und Rettungsfahrzeuge von Müller-Technologie beschafft. Dabei handelt es sich um reine Schienenfahrzeuge, wobei jeweils ein Lösch- und Rettungsfahrzeug beim Nord- bzw. Südportal stationiert ist. Die vier neuen Fahrzeuge wurden Anfang September erstmals in Betrieb genommen und können nun von den Feuerwehren von Kloster Cernois und Cernetz im Interventionsfall genutzt werden. Sie sind für Löscharbeiten im Brandfall, die Erstversorgung von Verletzten sowie die Evakuierung des Tunnels vorgesehen und bieten enorme Vorteile. Pro Rettungsfahrzeug und Seite können 200 Personen aus einer Gefahrenzone in dem 19 Kilometer langen Tunnel transportiert werden. Die Gefährte mit dieselelektrischem Antrieb zeichnen sich außerdem durch eine besonders intuitive Bedienung aus. Wieder über eine Million Reisende pro Tag bei der SBB. In ihrer im September veröffentlichten Halbjahresbilanz sprechen die schweizerischen Bundesbahnen von rund 1,1 Millionen täglichen Reisenden im ersten Halbjahr 2022. Damit hat sich die Nachfrage nach dem Corona-bedingten Tief mehrheitlich erholt. Es handelt sich um ein Plus von knapp 44 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr. Nichtsdestotrotz führen der Krieg in der Ukraine, die unsicheren Lieferketten und die wirtschaftliche Lage dazu, dass die finanzielle Situation der SBB auch nach den Corona-bedingten Einschränkungen angespannt bleibt. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf steigende Energiekosten und die hohe Inflation. Anders als in Österreich und Deutschland plant man in der Schweiz jedoch keine Erhöhung der Ticketpreise. Und mit diesen guten Neuigkeiten war es das mit Bahn News für den September. Was denkt ihr über die vielen News? Lasst es uns doch wie immer in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zusehen und gerne bis nächste Woche.